das ist das erste mal das ist aber alles erste mal provisorisch hier denn ja wie soll ich sagen das müssen wir auf jeden fall schön abbauen bei dir noch so das hier muss weg und das kabel geht hier so jetzt wird auch das was in der schmelze in die kiste kommt direkt raus gelutscht und in deinem e-gau das von der schmelze ja siehst du ja da kommt rein und geht raus importer und das geht halt jetzt im e-rein ja ich sehe es gerade das eisen dann kann man jetzt hier mit anfangen und war wir brauchen den reaktor controller du brauchst yellow reed das hast du nicht ach melven melven ja du hast dann erst einmal gut strom keine sorge ich bin ja was an ihr ried vorbei ich habe so viel davon und ich habe noch ungebrannt ist das heißt das brennen damit ich wieder auf meine 10k so du brauchst den controller dazu brauchst du erstmal diese blöcke und die dinger her ja es wird jetzt einiges hier an lol du hast kein redstone mhm doch müsste also hier waren es gerade mal zwei redstone drin nur ja ich war mir sicher dass ich noch was hatte hast du schon einmal das durch gesiebt ja ganz ehrlich mal warte mal wir bauen das jetzt noch mal ab wir bauen das jetzt ein bisschen produktiver und effizienter ich muss schnell mein magnetring holen bevor alles flöten geht im volt wir bauen das erste mal unterhalb deiner base auf den generator wir bauen das me neben die schmelze erst mal und dann kann ich dir auch wenn es danach geht soll ich dann eine fläche frei machen also mir mit diesen slaps hier oder wo meinst du ja das hier muss aber sowieso erst einmal verschwinden dann ich glaube den garten brauche ich aber eigentlich warte mal eigentlich wäre das doch hier effizienter nur hier musste gar nicht scheiße zum ständigen abgebaut warte mal bauen auch mal hier die dinger wieder auf die ich gerade aus Versehen abgebaut habe wir brauchen gar nicht so einen großen hack mitmachen wo willst du denn hinbauen wirst du gleich sehen auch gar kein daten auch gar kein daten hat mich weitergeholfen wo ich dann das andere sein so dein ME steht auf jeden fall schon mal okay verbunden mit der schmelze ist es das wird aber gleich kein saft mehr haben aber das regeln wir auch gleich weil das ist doch so viel effizienter wenn alles so ein bisschen auf ihrem haufen ist und dann können wir nämlich unterirdisch deine erzfarm bauen dann können wir bei dir auch alles durchsiedeln lassen das problem ist bloß ich brauche den strom gleich ich habe energy cables hier im inventar die schließe ich jetzt ganz kurz hier an das wird die solar pendels wieder aufbauen könntest du eventuell mal bitte schlafen gehen so dass wir wenigstens wieder strom haben hier das alles erst einmal hier rein genau die maschinen können wir ja dann im nachhinein wieder rausholen und redstone da gehe ich jetzt sowas bei mir drüben holen ist ja alles kein problem 1 i cut 41k redstone 41k ja und ich habe meine erzproduktion gestoppt da wird nichts mehr produziert gerade und jetzt hast du 1,5k redstone so das sind das da brauchen wir 64 stück sehr schön dann das da erstmal 64 dann der wir haben den controller wir brauchen das da dazu brauche ich ein hopper ich brauche holz und cobblestone haben wir hier ein hopper und das teil dann brauchen wir eins davon hammer dann brauchen wir eins davon jetzt muss ich ganz kurz bei mir gucken gehen das haben wir das haben wir das haben wir ich brauche noch den reactor redstone flux reactor rf power tape schnell zu dir das ist dann das hier hammer ja so jetzt brauche ich eine plattform da unten gucken gucken das ist hier das ist hier das ist hier oder ich bau dir gleich einen großen Ich bau dir gleich einen Großen. Einen Großen was? Genau Arthur. 5x5. 5x, ok. Aber nur mit einem Reaktor-Dingsbums drinne, also für Yellowread, weil da macht er dann trotzdem 10 Millionen RF pro Tick. Ich muss nur gucken, den werde ich dann hier hinbauen. Wenn du sagst du willst wirklich dann alles in so einen Baum haben, wir können den Baum auch gerne nochmal abreißen und den mittig von deiner Insel platzieren, dass der Generator dann direkt unterhalb der Insel ist. Mittig? Ja, wenn du eh alles ins Baumhaus dann reinhaben willst. Ich weiß gar nicht, wie ich das geplant hab so. Achso, oh shit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 und so. So, jetzt hast du schon mal ein Viertel Generator hier unten stehen. Ein Viertel? Ja. Ich muss halt noch von diesen komischen Gläsern hier zwei extra herstellen. Und ich brauche Wasser oder Diablöcke. Das bleibt dir jetzt überlassen, wie du das gerne hättest. Wasser oder Diablöcke? Ja. Diablöcke sind effizienter als Wasser wegen Heißlaufen. Ich denke, ich hätte noch Diablöcke. Das müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 24 Stück sein. 24? Ja. So, dann das dort hin. Der Controller. Da mach' ich grad noch ein paar. 24 bekomm' ich hin. So, jetzt brauch' ich nochmal einen zweiten davon. Äh. Das, warum hab' ich Holz? Ach, ich hab' ja den Magneten. Nein. Doch. Genau. Das ist immer so lustig. Das passt halt wie die Faust aufs Auge. Ich weiß auch nicht, was von Hexenwerk da los ist. Das sind Eltern. Das sind Standards. Ja. So. Dann das einmal. Dann gehen wir mal. Dahin. So. So. Willst du reingucken können, oder eher nicht? Wie reingucken? können nur in den generator muss ich das nicht unbedingt du weißt ja wie es aussieht durch meine generator unten ja schon gut die dia blöcke hast du ich habe nur neun stück gott dann warte da hol ich bei mir welche was habe ich gesagt wie viel 24 9 hast du also noch 13 ich habe hier so viel silver ohr und du bist jetzt so fortschrittlicher als tyrox mittlerweile ja das ist ein wunder die dia blöcke die du hast gibst du mir die bitte ich werde jetzt meistens im e packen was ich suchen könnte ja dafür ist ja da wow ich habe mich um zwei blöcke verrechnet ich habe 13 karadias warum keine ahnung ja doch ich hab mich echt verrechtet 13 plus 19 22 anstatt 24 was sagt man da so schön melden seine schuld ich darf ich darf dich morgen ich baue dein generator ich dachte es kommt wieder der was ist hier alle leute immer jetzt sagt mir nicht ich habe hier oben vergessen wenn ich das jetzt vergessen habt doch was hast du denn sind warum 24 25 25 25 25 25 25 25 irgendwas fehlt oder sektor leben natürlich notwendig zurecht jeglichen taką musik so haltet budget climax die immer noch mal um 15 25 25 25 25 25 29 25 25 25 35 25 25 27 20 25 25 über 20 25 25 25 35 pulled scroll Sharpen 90 25 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 26 26 monitor Reaktor-Frame. Double Laser-Frame, oder...? Ich muss grad selber gucken. Der sagt mir, dass irgendwas fehlt. Aber der ist doch komplett gebaut. Gut. Willst du mal bei Daten gucken? Da ist das gleiche dran, was du hast. Bloß ich hab bei mir Glas drin. Und das muss er nicht unbedingt rein. Das hab ich, das hab ich, das hab ich. Ach, die Blöcke gehen nicht. Wasserblöcke? Äh, Wasserblöcke. Äh, Wasser. Ich bring die passenden Blöcke gleich vorbei. Okay. Äh, das war jetzt ein Fail von mir. Ich hab bei mir Goldblöcke drin. Oh. Äh, die Dia schenk ich dir dann. Und das müsste dann aber klappen. Ja, ansonsten ist hier alles ordentlich drin. Also... Wenn der das jetzt wieder nicht so akzeptiert, dann... fress ich nen Besen. Dann such dir einen aus. Hä, wieder nicht! Besen kommt sofort. Ach, ich weiß warum! Ich wollte... Hm. Hm. Fertig, das darf doch nicht an der Kante oben sein. Jetzt hab ich nen Reaktor. Ja, der noch aus ist. Noch. Gleich nicht mehr. Du hast ihn, äh... angeschlossen. Der ist noch nirgendwo angeschlossen. Ich brauche jetzt erst mal eine Kiste. Die hab ich. Dann... Äh... Das kann erstmal alles ins ME. Denn... Hier wird jetzt erstmal alles oben auf der Insel abgerissen. Der... Melvin. Hallo. Baut jetzt mal bitte... Wortwörtlich alles hier ab. Wortwörtlich? Ja. Oh. Das tut weh. Nee, tut's nicht. So... Das blöd geschenke ich dir. Äh... Die Kiste kannst du erstmal stehen lassen. Die Kisten... ...bitte auch wegmachen. Denn ich hab gesagt, das kommt nach unten alles. Blubb war es in meinem Inventar. Ja, du hast noch diesen Ring, oder nicht? Ja. Ja. Der ist halt gut. So, dann kommt hier die Kiste hin. Äh... Extrahieren. Äh... Extrahieren. Jetzt hab ich dir hier das ganze Hierlorium reingehauen. Genau. Äh... Das holen wir uns so mal raus. Den Hammer brauche ich nicht. Das war deiner. Äh... So... Das kommt da rein. Dann brauche ich... Dann brauche ich... ...nochmal ein Item Conduit... Und eine Branch. Aber da möchte ich gern... Dass du deine eigene besitzt. Und... Hä? Achso, hast du eine rote Farbe... Hast du denn nicht? Äh... Die von Extra Utilities. Ich brauche einmal rote Farbe. Äh... Ja... Du hast mal ein Dings... Äh... Ganz im Kram. Du... Hast... Bone Meal? Mh... Ja... Aber ich glaube nicht mal gefehlt. MME. Ah... Ich glaube nicht arg viel. Äh... MME ist Bone Meal. Da habe ich jetzt nichts gesehen. Ach doch, da. Ja. Äh... Wenn du Glück hast, kriegen wir jetzt einmal rote Farbe... Äh... Eine rote Blume raus. Scheiße. Ah! Okay. Ah! Okay. Äh... Äh... Intensiver Film. Da haben wir es doch schon. Eine rote Poppy. Eine rote Poppy. Das... Dordeln. Und schon hast du deine eigene Branch. Die haue ich dir dann ins ME. Ja geil! Du weißt, wie man die verwendet? Ja, nein! Und ich brauche nochmal ein Item Conduit. Noch nie eine... Wrench benutzt. Ne, damit baust du die Cable besser ab und kannst die... Kann ich dir ja gleich zeigen, wenn du mal kurz runter kommst. Mhm. Extract... Und... Hier einmal umzutun. Du siehst ja jetzt, dass die hier verbunden ist, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Ach so. Und damit... Wenn du jetzt das sneakst und rechts geht drauf machst, baust du die Cable ab. So und... Du darfst anschalten. Wo anschalten? Am Anschalte Knopf. Wo ist hier ein Knopf? Da unten... Äh... Activate Reactor, wenn du hier auf das Ding drauf klickst. Äh... Der grüne Pfeil. Activate Reactor. Genau! Und jetzt hast du Strom! Oh! Ich hab Strom! Jetzt brauch ich keine Solar Pendels mehr, oder? Und jetzt, guck hier! Oh! Das heißt, ich hab jetzt ne Stromquelle? Ja! Du musst halt, äh... Aufpassen, dass die Kiste unten immer voll mit Jellorid ist. Jellorid Dust oder Jellorid-Bahn? Jellorid-Bahn. Und die machst du, indem du Jellorid-Dust brennst. Okay. So. Das ist Hammer! Das geht hier rein. Mach Jellorid nicht diese Business-Maschine? Nein, die kriegst du, wenn du das ziehen tust. Das ist okay. Da kümmern wir uns aber in der nächsten Aufnahme drum. Wenn ich dann komm zum Klemmenolf namier hoch喜歡. Und wie schon nicht im Abgrenn ist. Ja, für den ich 할beiseite. Na Zeit. Ja! Ja, das in der Nacht. Ja, das in der Nacht. Ich hab dich.